Musik Oh Nein, ich wollte doch nichts tun Ich hätte mir einen Sperr da liegen lassen, ey, so ein Scheiß Aaaaaah Na gut So Gut Gut Ähm, jetzt machen wir es mal hier ganz kurz Und Achso, das für die Senses Brauche ich natürlich noch Bäume jetzt, ey Das ist ja logisch irgendwo, ne Ähm Gamos, genau So, die geben sogar schon einen Sieg, siehste Nehme ich immer ein paar hier Na komm, liegt drauf Und den auch noch Ich würde auch trotzdem eng jetzt werden Was ist los hier mit dem Irgendwie mit der Steuerung komm ich grad gar nicht klar Keine Ahnung warum So Lalalalalala So Den kann ich vorher noch nicht Ab würde nur hin Und das ist auch insofern Schauen wir mal hier unten auch mal zum Beispiel noch die ganzen Dinge Klack Und Und Klack Und Klack So, das erste sollte es ja reichen Schauen Jetzt kann ich zum Beispiel mal Eins Zwei Zwei Drei Und lässt jetzt bauen Nein, mir fehlt da ein Brett, ich sitze. Das kann doch nicht sein. Ähm, Moment. So. Na, ach so. Echt, jetzt, ich krieg gleich ein zu viel. Gleich ist es soweit. Lalalalalalalalalala, so. Na, nimm und nimm. So, jetzt haben wir es aber endlich geschafft. Jetzt haben wir ein Brett. Und jetzt, endlich können wir uns Designs-Maschinen bauen. Yay. Und jetzt können wir uns, wenn wir denn jetzt noch genug Zeug hätten, was wir natürlich nicht haben, könnten wir uns jetzt das bauen. Und spuckt Zimba das da aus. So. Wir tun mal die zwei Vätern da reinräumen. Warum auch immer wir jetzt so viele Vätern haben, ist ja auch egal. Holen wir den Pflanzen mal in die Büsche hier ab. Und da habe ich nämlich was gelernt und zwar, das habe ich auch gesehen. Wenn diese Viecher ausbauen, kann man theoretisch Beeren auf den Boden legen und das tut die dann, äh, ja, dann denken sie sich so, Oh mein Gott, nicht essen, Pflanzen. So. Okay, guck mal, was wir noch bauen können, neues. Wir können bauen einen Speer, toll. Wir können bauen... ...eine Strohroll, damit können wir schlafen. Ich kann mal eine bauen und die können wir dann eventuell später mal benutzen. Ich pack die Meier rein. Ah, Blue Farm, super genau. Gut, ich hatte nicht Folie auf den Weg zu pflanzen, aber... ...jetzt habe ich es getan. Oh, mit zwei Dünger kann ich mir sogar noch eine holen. Schneller! Ich brauche nur zwei Dünger. Komm schon! Da ist einer. Okay. Super. Super. Und weg hier. Go, 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 go Land jetzt noch 12 und jetzt blende ich auch noch hier ein so super was kann ich denn noch bauen ich könnte jetzt noch zum survival noch was anderes bauen eine fishing rope und ein bug net catch bugs ich würde mir jetzt aber lieber gerne den da bauen dann brauche ich mir eine fackel und jetzt will ich mal schauen ob das geht was der was ich da gelesen habe und zwar soll man nachts mit der fackel die bisons nur das geht das scheint das ist ja interessant was jetzt traurig das wollte ich nicht tut mir leid das tut mir echt leid ich wollte dich nicht traurig machen ähm oh das war ein Speer mein Speer hey so wir suchen immer noch Mainor und sehen wir brauchen noch ein bisschen davon denn Ole wird schwer die ganzen Bison sind und ich werde jetzt mal hier der ding planten das platziert augen also das werde ich ja sehen dass das fängt aber ich kann mal gucken ob es das jetzt gerade schon mal ganz kurz das wird gleich anfangen augen zu platzieren und die kann man sich dann holen dieses ist das ist natürlich ein bisschen weg von unserem ding ist damit kein schaden bei uns anrichtet na plänen sie mal ein auge ich weiß auch noch nicht wie man sich die holt weil ich so wie ich sie eingegriffen habe sie kaputt gegangen oh mein gott ein bisschen schnell zurück wow der macht sich gerade hunger breit bei uns wie wie ähm okay und was ich noch gelesen habe Moment erstmal es gibt ja auch so eine Art Ofen irgendwie gell Survival so seins war das bei seins also chemie seins smashen bbox rockpot genau das brauchen wir da na gut äh ich mache nochmal das dienste an ähm also theoretisch wenn wir einen crockpot haben können wir damit auch richtig geiles essen machen was uns ewig war ähm 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 tadaa gegessen kann man auch hier okay alle haben neunmal Bisonfell rausbekommen da jetzt ja das ist krass äh die macht hier nichts normalerweise müsst ihr die augen entwickeln dann zumindest war es bei der die mich angegriffen hat der dann tausend augen entwickelt und hat mich attackiert wenn er friedvoll friedvolles böses ding kennt man ja die friedvollen bösen dinge so hinten schauen was das abgeht mit würdiger dingen da Das sehe ich Fleisch. Ich nehme natürlich sofort mit. Na gut. Auf nach Hause. Ach, das leuchtet jetzt so. Cool, das leuchtet jetzt so. Dann ist halt von mir aus. So. Okay, ich mache die Stöcke hier und mache damit noch ein schönes Wergerfeuer. Und wir können uns neue Stress machen, Bifflehead, Strohead, Helps you stay cool and dry, be one with the Hurt. Ah, cool. Nütze ich jetzt aber noch nicht, damit es nicht Abgebrauch abgenutzt wird. So, da geht das sicher gleich aus, da lege ich mal noch ein bisschen was nach. Und dann gucke ich mal, ob ich hier, warte mal. Ich würde mich gerne langsam. Ah ja, stimmt. Guck, guck. So, geht das mal viel schneller. Super. Dann lege ich das hier rein und ist das. Jetzt kann ich noch neu machen. Okay. So,... guck, 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 guck. Vielen Dank.